Willkommen zurück zu Gothic. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment. Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbespürt. Tja. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet? Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomes hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf der freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen sechs Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Naja, jetzt mach mal langsam. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren. Jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut, also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir die zwölf Magier damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. ...da wäre noch ein Problem. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über das Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Was? Nein. Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Sprich nun die Worte des Eidens. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanus. Wow, ich bin Magier. Und die Rüstung ist bis auf den Pfeilschutz ein Stück weit besser sogar als die mittler Versorgterrüstung. Coole Sache. Hallo. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Leo und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Äh, warte mal. Milton will dich treffen. Hallo. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Lee ist noch damit beschäftigt, unsere Verteidigung zu organisieren. Okay, das weißt du hier schon im Lager. Bis später. Äh, komisch. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo ich Lee finde. Um meine... Vielleicht die starke Söltenerrüstung zu kriegen. Magie zu Ehren. Ja, ja. Ich will... Ich will den Magel von Kreise lernen. Wer von euch kann mir die beibringen? Sato was? Wer da? Gut, dass du uns beigetreten bist. Was? Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? So stein, baue, schau dir die Krankene Heilung und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Wow. Cool. Danke. Zeig mir deine Ware. Äh, was ich vorhin geguckt habe ist, ich bin Level 19. Aber ich kann immer noch keine Magie. Ich bin aber trotzdem Magier. Und das da war... Ah, Riordi angenommen. Wenn du verletzt bist, werde ich dich heilen. Habe ich schon gemerkt. Das ist ja lustig. Ich kann noch nicht mal zaubern, aber ich bin trotzdem ein Magier-Gilde. Was war Magier? Tatsächlich? Lustig. Magie zu Ehren. Äh, nee, warte mal. Die habe ich schon gequatscht. Genau, zu Satoras wollte ich kurz zurück. Gucken, ob der mir die Magie beibringen kann. In den magischen Kreisen. Komm schon. Magie zu Ehren. Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch viel zu lernen für dich. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Ich bin bereit. Ich bin jetzt bereit, in den ersten Kreis aufgenommen zu werden. Den ersten der magischen Kreise zu betreten, bedeutet die Anwendung magischer Runen lernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune inne wohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Okay, wow, damit habe ich ja immerhin schon mal Licht, glaube ich. Und, ach, wisst ihr was? Scheiß auf die Söldnerrüstung, ich will die da. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Es ist noch nicht an der Zeit, dass du die hohe Robe tragen kannst. Was brauche ich denn dafür? Sag's mir doch. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Muss ich dafür einen gewissen magischen Kreis können? Oder muss ich dafür ein gewisses Level haben? Hm. Na, wie dem auch sei. Gut, Gordon weiß Bescheid, Milton weiß Bescheid, Diego weiß Bescheid. Lester fehlt noch. Wie finde ich den? Vielleicht im Sumpflager? Magie zu Ehren! Äh, nein. Da ist er nicht, das ist nicht Lester. Ähm, das mit Xardas und der Bibliothek stelle ich mal jetzt hinten an. Ich würde mich erst gerne mal um die Söldnerrüstung und um das Treffen kümmern. Das mit Xardas mache ich dann danach. Wenn du meinst, äh, Magie zu Ehren! Okay, auch der hat nichts für mich. Noch nicht mal ein Kommentar, dass ich jetzt einer von ihnen bin oder so. Nur zur Sicherheit, die, äh, Magie? 20 von 20, nee, warte mal, Mana, 0 von 20, hey. Nur zur Sicherheit, die, du bist nicht da, ne? Nee, die ist nicht da. Gut, äh, ich wollte schon immer mal im Bett des Chefs schlafen. Nein, wollte ich nicht. Aber das ist halt gerade da. Da benutze ich es auch. Und leider ist die Frühmorgens immer noch nicht da. Gut, dann wird der sich wohl wirklich die Zeit draußen vertreiben. Bei der, bei der freien Mine. Oder ist er das hier? Nee, ne? Nee, ist halt nah. Ähm, mal gucken, was der da unten zu sagen hat, dass ich jetzt Magier bin. Vielleicht hat er ja irgendwas Tolles für mich. Hallo. Magie zu ehren. Aha. Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Willkommen, Bruder. Kann ich da mal vorbei? Hallo. Ich hab dich angesprochen. Magie zu ehren. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Ja, ach so, Mana. Nee, brauch ich gar nicht. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ich will erst mal... Gucken, was es so gibt. Kreis. Kreis 2. Heilung. Ja. Feuersturm wäre cool. Ist das der vierte Kreis? Oder Eisblock? Eisblock. Eiswelle. Kugelblitz. Aha, aha. Also scheinbar wird das Ganze ab dem dritten Kreis... Na, so Eisblock und Eis... Ja doch, Eisblock. Hat er zweimal. Eisblock, wo Feuersturm sagt. Im dritten, vierten Kreis wird's so richtig gut benutzbar. Also sollte ich jetzt hier... Kann ich da mal vorbei? Moment, wie viel Mana kostet es denn? Magie zu ehren. Nein, 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 nein. Unsinn. Ich war zu schnell. Ich möchte... Was kostet denn so eine Rune? Äh, jetzt nicht an Geld. Geld ist egal. Geld habe ich genug. Mana kosten. Mana kosten Maximum 10. Mana kosten 3. Mana kosten 3. Mana kosten 8. Das heißt, mit meinen 20 Mana werde ich da eine ganze Weile sogar zurechtkommen. Also werde ich mir die... In seiner Haut... Und hey... Will ich trotzdem anstecken? Das da habe ich... Also werde ich die... Die Lernpunkte... Die Lernpunkte, die ich habe, erst mal in die Kreise stecken als ins Mana. Bevor ich meine Mana... Magie zu ehren. Bevor ich meinen Mana steigere. Ich bin bereit, in den zweiten Kreis aufgenommen zu werden. Du hast das Verständnis der Runen gelernt. Nun ist es an der Zeit, dieses Verständnis zu vertiefen. Mit dem zweiten Kreis lernst du die Grundsätze stärkerer Kampfzauber und vor allem das Geheimnis der Heilung. Doch du musst noch viel lernen. Willst du die tatsächlichen Geheimnisse der Magie ergründen? Du weißt, dass du jede Rune so lange einsetzen kannst, bis deine eigene Kraft verbraucht ist. Aber frage dich, ob es sinnvoll ist. Du hast Macht verliehen bekommen, mit der es dir ein leichtes ist, Tod und Verderben zu bringen. Doch der wahrhafte Magier zaubert nur dann, wenn es angebracht ist. Erkenne die Situation. Dann wirst du die Macht der Runen erkennen. Sehr schön. Vielen Dank. Kriege ich jetzt die hohe Robe? Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Es ist noch nicht an der Zeit... Nein, war ja klar. Gut. So, und nachdem es jetzt eine Viertelstunde dieser ganzen Folge fast nur aus Dialogen bestand, werde ich das Ganze mal abspeichern, um sicherzugehen, dass sich das Ganze nicht wiederholen muss. Und dann mache ich mich auf den Weg zur freien Mine, um hoffentlich noch ein bisschen Action in die Folge zu kriegen. Damit meine ich nicht meinen eigenen Tod durch blödes Runterfallen. Nur um das klarzustellen. So, freie Mine, ich komme. Ich komme, um dich zu retten. Vor den Schergen des alten Lagers. Oder besser gesagt, von Gomez. Haha. Ähm, jetzt bin ich Magier geworden. Das war ein bisschen eine Kurzschlussreaktion. Ich will ja eigentlich Kämpfer sein, der auch zaubern kann. Aber hey, jetzt bin ich halt Magier, der auch kämpfen kann. Was soll's? Hey, Gorn. Hallo. Wie fühl's aus? Achso, nee, das haben wir vorhin schon gehabt. Bis später. Äh, Cord. Söldner. Söldner. Cord. Hey, du. Sei gegrüßt. Ach, nee, warte mal. Ich kann ja schon kämpfen, ne? Einen Händler Stufe 2 brauche ich nicht. Ich kann zwei Händler Stufe 2. So, ich tanze da mal eben hoch. Gibt's da drüben eigentlich was? Ich seh grad nicht, was es sein sollte. Und warum steht ihr da hinten rum? Da vorne ist doch gar nichts. Da oben rechts hab ich grad auch nichts gesehen. Zieh mal, äh, meine Waffe. Sicher ist sicher. Na, komm schon. Spiel. Ich hab den Zuschauern Action versprochen. Kannst du jetzt nicht einfach keine Gegner für mich haben? Ist ja noch vier Minuten. Komm schon. Wenn, äh, ah, yay, ein, äh, yay, ein Wolf. Wow, Action. Yeah. Ähm, ja. Wobei, ich muss schon sagen, die neue Waffe und ein bisschen mehr Stärke, das, das geht schon gut ab. Kann man so sagen. Oh nein, da liegt ein Toter. Da speichere ich lieber nochmal. Bevor ich da selber umgelegt werde. Ein Söldner. Der hat eine Münze. Oh, aber da hat eine Münze dabei. Das ist doch die Währung von außerhalb hier drin nichts wert ist. Na, vielleicht hat er gehofft, äh, rauszukommen. Das könnte ja sein. Schließlich hat das neue Lager ja einen Ausbruchsplan. Da ist der nächste tote Söldner und, ah, looten, was, was soll's? Looten, was das Zeug hält? Bevor die Schergen des, des Erzbarons sich das Zeug holen, nehmen lieber ich das an mich. Das ist zwar nicht ganz die feine Art, seine Freunde auszurauben, aber hey, besser als wenn das den Feinden in die Hände fällt. Sonst könnten die das am Ende noch gegen mich benutzen und das, ah, das will ich lieber nicht. Das fände ich nicht so geil. Immerhin habe ich jetzt gebratenes Fleisch. Lalalala. Ach, mein Nö, die ganzen Toten. Das ist so traurig. Immerhin kann ich jetzt hier mal in Ruhe erforschen. Oder hochklettern zum Beispiel. Ohne, dass mich jemand aufhält. Okay, hey, mit dir habe ich auch schon geredet. Ähm, ist eine fette Axt. Ah, tut mir leid, dass jetzt irgendwie doch keine Action mehr in die Folge kam. Da oben schaue ich mich dann, äh, nächstes Mal oder so um. Jetzt gucke ich erst mal... Oh ja, die Waffe ist um einiges stärker als meine jetzige. Und ich kann die sogar tragen, weil ich 80 Stärke habe. Geiler Scheiß. Ich werde dich rächen, Okil, mit deiner eigenen Waffe. Und alle anderen Toten werde ich auch rächen. Zweini, du bist derjenige, der mir meine erste Rüstung gegeben hat. Oh Gott, das macht mich so traurig. Und da unten sind die Bösen. Und beim nächsten Mal werde ich die dann verprügeln. Nein, ich habe euch echt schon versprochen. Ich verprügel sie jetzt. Nein, 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 nein. Ach verdammt, ich konnte den nicht anvisieren, weil die Leichen im Weg lagen. Mist, das ist ärgerlich. Da muss ich den ein bisschen weglocken. Ah, ich will Jekyll nicht töten. Ich will Jekyll ansprechen. Falls es überhaupt geht. Jekyll? Sag ich doch, geht doch. Der Typ aus dem neuen Lager, der uns schon so viel Ärger gemacht hat. Wenn du damals schlauer gewesen wärst, würdest du heute zu uns, den Siegern, gehören. Hättest mich damals bezahlen sollen, als es noch Zeit war. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs. Ja, kommt her. Wow, die hauen gut rein. Einer weniger. Ich muss mich dann mal heilen gehen. Ich bin gleich wieder da. Jungs. Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Die neue Rüstung ist irgendwie doch nicht so toll. Ne, so verglichen wie vorher. Immerhin habe ich ja jetzt, wie gesagt, ganz viel. Oh, wow. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Wo zur Hölle habe ich über 100 Mal Reis her? Was zum Henker? Aber man soll sich ja nicht einseitig ernähren, deswegen gibt es noch ein bisschen... Was? Ach, verdammt. Ihr Schweine. Ich brauche Deckung. Na gut, ich werde mich jetzt mal eben gesund futtern. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter, wenn ich die beiden anderen verprügeln werde. Danke fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.